Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Gustav Kulipi. Ihr seht, ich bin ein Steinskin. Das hat aber eigentlich praktisch nichts mit dem heutigen Video zu tun. Heute spielen wir wieder mal Murder Mystery zusammen mit Siguran. Hallo. Hallo. Und zwar, ihr seht schon, ausnahmsweise ist das hier meine Sicht. Das seht ihr schon. Ich kann euch beweisen, dass das meine Sicht ist, wenn ich hier ganz kurz zum Anfang dieses Jump'n'Runs gehe und euch zeige, wie gut ich hier im Jump'n'Run bin. Das könnte Siguran ja nie machen. Mein Scherz, okay. Aber naja, ihr seht, das ist, ups, jetzt bin ich gefehlt. Das ist meine eigene Sicht von, ja, seht ihr jetzt. Aber natürlich, Siguran macht auch eine Aufnahme am Computer. Ja. Und deshalb ist heute ein bisschen unterschiedlich zusammengeschnitten. Manchmal seht ihr die Sicht von Siguran, manchmal von mir. Und jetzt seht ihr hier meine Chance. Ups, wir dürfen natürlich nicht zueinander schauen, aber ihr seht ja beide. Hier seht ihr meine Chance und so sind Sigrans Chancen. Jetzt seht ihr nämlich Sigrans Sicht und ich bin Eno. Ja, dreht dich um. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, Gustav könnte es versuchen, beide Bildschirme auf einen Bildschirm zu quetschen. Oh mein Gott, wie das lag bei mir gerade. Und ich bin ein bisschen, jetzt schon. Oh mein Gott, du bist nicht Mojo. Alter, der ist aber weiter. Nämlich unter der Tabby, der wurde auf der komplett anderen Seite. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe es auch gerade gesehen. Okay. Tschüss. So, wer ist am Prax. Tschüss. So. Jemand hat den Bogen aufgepickt. Okay, ja. Jemand hat, das sage ich jedes Mal, jemand hat den Bogen aufgepickt. Ja. Also auf Englisch so. Englisch, nochmal. Oh mein Gott, wie das lag bei mir zum Teufel. Oh mein Gott, Mutter, ich sehe ihn, da ist ein blauer Skin. Oh nein, nein. Es ist ein blauer Skin. Ich bin tot. Ein blauer Skin. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin tot. Okay, jetzt. Nein, nein. Es ist da, es ist da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hat mir vorbeige... Ja, ich habe es gesehen. Es lag. Es lag. Ja, das lag. Und wie das lag. Ich lebe noch. Ich lebe einfach noch. Kannst du mal stehen bleiben. Okay, ich habe einen Bogen jetzt wieder. Nein. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Oder nein. Oh man. Okay, schade, schade. Okay, Leute. Es ist ziemlich spannend. Aber wie leckt das zum Teufel? Liegt das an meiner Aufnahme, die ich mache? Also bei mir leckt es auch recht. Also ob. Oh mein Gott. Jetzt seht ihr es natürlich ganz klein jetzt. Weil das eine Fensteraufnahme, Spielaufnahme ist. So. Okay. Was bist du denn schönes? Äh, ich bin Eno. Ich auch. Ihr könnt jetzt ja auf beide Bildschirme gucken. Das ist lustig. Genau. Dann seht ihr, dass wir beide innocent sind. Oder eben nicht. Vielleicht. Vielleicht. Ja, Seguram. Ja. Wenn ich einen Bogen habe, dann kenne ich dich wie Ren. Okay. Ja. Wenn ich dich sehe. Nein. Scheiße. Ich hab dich gerade runterfallen sehen. Was? Du warst Mörder. Ich war Detective. Oh Scheiße. Mann. Das war jetzt richtig blöd. Das war jetzt richtig. Das wäre mir richtig lustig. Ich bin mit der Gewirr geworden. Ich war Detective. Oh mein Gott. Ja, jetzt hab ich wieder weniger als ein Prozent. Ich hab weniger als ein Prozent. Detekt. Äh, Scheiße. Detekt. Okay. Mann, das war jetzt richtig mies. Aber bei mir leckt das auch so. Wegen meiner Aufnahmen nehme ich an. Ich bin Eno. Eno. Ey. Das ist mega schade. Das war richtig geil. Wenn ich mal was Gutes bin, dann versaust du es mir. Aber du. Ja, genau. Ich auch. Und vor allem jetzt schaue ich, dass ich vorhin beide Aufnahmen gleichzeitig habe. ähm, äh, 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 eingeblendet habe, als wir beide unsere Rolle wurden. Also ich wurde merged onto Detective. Hä? Hä? Ich konnte, ich kann das Ding nicht einsammeln. Es leckt gerade ein bisschen. Ein bisschen. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird nicht so gut sein. Also vor allem bei mir, weil bei mir leckt das so. Und ich denke, ich werde, äh, das Mikrofon von meinem Computer, also von Sekurans Sicht, verwenden, die ganze Zeit, dann ist das erstens ein bisschen besser, dann ändert sich das Ding nicht die ganze Zeit. Oh, ha, ups. Ich hätte jetzt fast zu dir geschaut. Ich habe die Rolle aber nicht gesehen. Hast du ein Texture Pack darin oder ist das das Default Texture Pack? Ich weiß es nicht. Äh, äh, dann gehen wir kurz auf Pause. Also ich bin nicht Mörder. Nee, ist egal. Ist egal. Ja, fahrs eh. Ich klicke die ganze Zeit. Äh, verdecke bitte schon kurz deine Sicht. Ist gut. Verdecke kurz deine Sicht, damit ich kurz zu dir schauen kann. So. Und die Hotbar. Also unten die... Nein, ich will eben schauen, ob du ein Texture Pack darin hast. Okay, hier. Und unten musst du auch... Du hast... Ja, du hast ein Texture Pack darin, okay. Theoretisch kannst du doch sehen, das ist nichts, also von dem her. Du bist innocent. So, so. Kannst schon gucken. Oh, nee. Ups, ich gehe nicht in den Sturm. Hallo. Oh. Oh. Oh mein Gott. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Da ist direkt der... Hallo. Hinter dir bin ich. Ja, ich sehe dich, ja. Bleib doch mal stehen. Hallo. Ja, was ist. Ja, okay, du bist nicht mehr Freund. Tschüss. Jetzt habe ich echt nicht daran gedacht, aber das nächste Mal, wenn du sagst, bleib mal stehen, dann renne ich von dir weg. Ich schwöre es. Okay. Ich renne von dir weg. Okay, mach das. Dann kannst du mich nicht killen. Hallo. Alter. Es sieht voll heftig aus, irgendwie. Ich habe ein bisschen Schiss von dir, ehrlich gesagt. Wieso? Einfach so. Einfach so, ja. Ja. Ah ja, dieses Spiel kann man ja auch noch machen, um Gold zu verlieren. Ach stimmt. Wisst ihr noch, das allererste, glaube ich, auf das zweite Merger Mystery Video von uns beiden, da hast du so... Du eiskaltes Stück, Mann! Ich habe deinen Zweck gesehen! Du, ich wusste es sowas von... Ich wusste es... Oh, scheiße, es stimmt. Ich darf nicht rein... Äh, ich darf nicht raus, besser gesagt. Ich habe sowas von gewusst. Du bist sowas von... Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Das war was gut. Ich war Detektiv. Nein, ich war nicht Detektiv, aber ich hab den Bogen aufgesammelt. Nein! Mann! Oh mein Gott, war das geil. Das ist gut, das ist gut, das muss ich nicht sagen. Ich war einmal Detektiv und einmal Mörder und jetzt hab ich alles. Jetzt hab ich alles ein Prozent. Meine Mörder-Runde war auch ziemlich fail, aber die Detektiv-Runde war das. Meine war nicht mal so fail. Richtig geil war das. Oh mein Gott. Also ich hab noch recht viel gekippt. Ich wusste es am Anfang gar nicht. Aber gut, dass du das Ding zugedeckt hast, weil sonst hätte ich gedacht... Das war jetzt richtig geil, ey. Ich hab eigentlich noch ganz viele gekillt für mein Niveau. Vor allem, du wurdest zweimal hintereinander eine spezielle... Ja, das ist irgendwie mega komisch. Ich will mega viel. Also wirklich. Ach, üppig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hatte, glaube ich, eine Karte in der Hand. Und ein Goldstück. Ja, wo auch und jetzt? Ich dachte, der hätte ein Eisenschwert gehabt. Heftig. Ein Goldschwert wäre auch mal... Oh mein Gott. Hast du gesehen? Nein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der Mörder ist. Bist du dir sicher? Ja, das ist der Mörder. Okay. Was? Gelbe. Er hat eine gelbe Haare und auf dem Rücken ein grünes Creeper-Gesicht. Ich komme am besten mal zu dir in deiner Sicht, falls ich dich finde. Wow, ich finde dich auch nicht. Was? Gelbe Haare und... Gelbe Haare. Es ist der Sogen. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, easy. Oh mein Gott, ich sehe dich in der Sicht. 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 Ja, geh in meine Sicht. Nein, ich bin... Ich schaue dir zu von außen. Nein, geh in meine Sicht. Sicht. Ja, geh in meine Sicht. Ich kann dich aber besser vorwarnen, weißt du? Wenn ich... Aber auf der Straße. Soll ich mal zum Mörder gehen, vielleicht? Okay, ich bin jetzt in deiner Sicht. Oder nein, warte. Jetzt kann ich auch rennen, das ist das Coole. Willkommen zur heutigen Beobachtung. Heute beobachten wir Segura 2000. Hier sieht man... Oh, da vorne ist der Mörder, der mit den gelben Haaren. Was soll ich sagen? Der dort vorne. Ich habe einen Bogen. Was? Du hast einen Bogen. Achtung, er kommt, er kommt. Shit. Er kommt, er kommt. Nein. Oh mein Gott. Ich habe noch im letzten Moment geschossen, aber ich wollte nicht abschießen, ich hatte nur ein Pfeil. Hey, wieso kann ich... Okay. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Ja, damit das Video nicht so... Es leckt schon wieder bei mir. Ja, übelst, übelst, ja. Ist schon so. Vielleicht wegen der Aufnahme, aber... Na ja. Könnte. Oh mein... Was ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie das... Hier kann man wieder schaufeln und so. Also schaufeln... Aber weißt du noch, das letzte Mal... Ja. Falls ich gerade Lust dazu habe, wenn ich das Video schneide, blende ich euch jetzt den Ausschnitt ein. Als Seekoran von der Mö... Eine Schaufel statt einem Bogen. Also ein Bogen, er hatte noch nicht genug Gold, aber... Na ja. Es gibt immer noch zwei Alex-Skins. Der erste ist oben an der Seite. Achtung, der Alex, der Alex! Geh, 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 geh! Weg, 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 weg! Renn! 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 Alles so ruhig! Alles so ruhig! Was bist du denn? Innocent! Sicher? Ja! Ganz sicher? Ja! Ganz, 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 ganz sicher? Ja! Okay. Ich find's hier noch beklebt. 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 Nein! Wer ist Mörder? Sag ich's dir nicht. Okay, Ryan ist Mörder. Sag ich dir? Ich muss mal gucken. Der mit diesem... Oh! Ich muss selber gucken. Ich weiß gar nicht, welcher Ryan denn. Ah ja, ich glaub dir. Ich bin mir nicht sicher, aber... Oh my God! Ist das der Mörder? Ich geh mal zu Ryan, wenn ich ihn finde. In der Tapeleiste. Ist er ja noch gar nicht. What the fuck? Hä? Ich hab ihn doch... Okay, dann ist er nicht Mörder. Hä? Hä? Er ist nicht in der Tapeleiste. Wo ist Ryan? Ryan ist tot. Aha. LOL. Das ist ein ähnliches Team, den ich mal hatte. Da ist er! Da ist der Mörder! Ah! Oh my God! Der Schwarze! Der Schwarze! Der Endermans-Gilm! Oh, da ist er! Der Endermans-Gilm! Er kommt! Er kommt! Und ich backe zurück! Oh my God! Oh my... Oh my... Oh my... Oh my... Oh my... Ah ja, es ist der! Es ist der! Ja, ich war ganz schwarzer Skin und schwarzer Kopf. Wie heißt der? Oh my God! Ich bin ja für selber. Äh, Kui! Doch, ist der! Und da steht... Oh! Ach du, ach du! Ja, ich sehe ihn! Er hat dich gesehen! Er hat dich gesehen! Kommt er hin zu mir? Er geht wieder weg! Ist er oben? Ich bin in seiner Sicht... Ah! Er ist Beinbogen! Er ist Beinbogen! Ja, er holt runter! Er darf... Ja, wieder hoch! Ja, er hat ihn wieder... Oh my God! Oh my God! Ich gehe auf die Seilbahn! Nein, 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 nein! Nicht auf die Seilbahn! Wieso nicht? Ich gehe auf die Seilbahn! Ja! Ich sehe ihn! Ja, ey, ja! Jetzt geht er weiter! Du kannst hoch die Bombe holen! Ja, eben! Das habe ich vor! Go, go, dude! Schreibt schon jemand! Los, du schaffst das! Nein! 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 Er hat es schwer geworfen! What? Nein, nein, er hat es geschlagen! Is Library here? Also, ich würde sagen... Spontan... Wie viele Mörderchancen hast du? 58 vielleicht? Äh, jetzt nur noch 5! Ja, ich habe 4! Aber wir haben ja gesagt, dass dieses Video nicht sehr lange dauern wird! Ach ja, stimmt! Das heißt, ich würde manchmal... Nein, komm, die Map ist so geil! Komm! Ja, okay, okay! Es leckt schon wieder! Bist du zufrieden? Es leckt schon wieder! Oh, oh, oh! Ich würde wieder hochthelopatieren! Innocent! Inno! 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 Du bist untergefahren! Ich nehme das jetzt mal als ein Jahr! Inno! Oh, oh! Press Alt F4, dann schließt du Minecraft. Mach das niemals. Alt? Nein, nein! F4. Oh, fuck. Nein. Ja, ja. Ich weiß. Das darfst du nicht machen. Blind... Okay. Oh mein Gott, ich werde da... Das war knapp. Aber ich sehe, ich sehe deine Sicht. Wua! Du hast... Ich hab den Lorza gesehen, mit dem Stock, weißt du das? Ich war ja in deiner Sicht Oh mein Gott! Okay. Alter. Jungs, äh, Leute... Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ein Lassenleiten und Abonneraut. Falls ihr mehr von Seko an sehen möchtet. ... von Seko an. Mit Seko an sehen möchtet. Schreibt's mir in die Kommentare. Und ähm... Falls ihr auch mehr von diesem abwechslungsreichen Sichtwechsel-Dingsbums da, ihr wisst, was ich meine, haben wollt, dann gebt auch ein Like da. Ja, oder ihr schreibt rein, dass wir das, dass Gustav das reinquetschen, also zwei Bildschirme in einen reinquetschen soll. Ja, das kann ich vielleicht mal machen. Also ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.